hey leute ich bin hier gerade beim ja ich fahr gleich zum boxen ja doch ich weiß aber ich habe kein bock das jetzt so langweilig ja und dann ja was ich noch vergessen zu erwähnen ist dass die presse zum boxen kommt dass nämlich rucke wie träumann ev das hat das halt mit ihr könnt das mal googeln einfach mal wer rucke träumann war waren boxer mein uronkel noch dazu auf jeden fall ja da war auch mal so eine ausstellung dafür in kanada und ja jetzt kommt die presse zum ein box training dahin wir nehmen auch flüchtlinge auf und alle die das sehen gerne boxen wollen können halt dahin kommen wenn sie wollen ich bin hier ja ich bin jetzt hier ja aber weiter der dfb ist und da keine kamera mit rein nehmen also muss ich aufmachen und leute ich bin gerade stehe hier von meiner haustür hier das sportdinkern unterstützt so ein bautoblatt